Guten Tag, mein Name ist Martin Isken, ich bin von der Wirtschaftsförderung Wallek-Frankenberg. Wir sind heute hier mit dem Infomobil der hessischen Förderinitiative Pro Abschluss unterwegs. Pro Abschluss ist eine Initiative des Landes Hessen und des EU-Sozialfonds. Es soll dem Facharbeitermangel entgegengewirkt werden. Es soll Personen finden, die eine Tätigkeit im Betrieb ausführen, wo sie keine Qualifizierung bzw. keinen Facharbeiterabschluss für haben. Diese Personen, wenn genügend Berufserfahrung da ist, können dann einen Abschluss in verkürzter Zeit nachholen. Das heißt, es wird ein Prüfungsvorbereitungslehrgang besucht und dann wird eine Facharbeiterprüfung über den Weg der externen Prüfung absolviert. Die ganzen Kosten, die dabei entstehen, werden über die Initiative Pro Abschluss bis zu 50% gefördert. Oder man kann auch sagen, zu 50% gefördert. Maximalbetrag ist dabei 4.000 Euro. Damit möchten wir den Betrieben helfen und Leuten, die keinen Fachabschluss haben, helfen, ihren Fachabschluss nachzuholen. Mein Name ist Oliver Amrein. Ich bin Projektleiter des Infomobils. Ich unterstütze unsere Bildungscoaches, die es in ganz Hessen, in jedem Kreis, in jeder kreisfreien Stadt gibt, bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Und hier stehen wir gerade im herrlichen Korbach und versuchen Menschen für uns zu begeistern. ProAbschluss.de. Hier finden Sie alle Informationen über die Nachqualifizierung und auch andere Fragen der beruflichen Weiterbindung.